Musik Kommen Sie mit und erleben Sie einzigartige Bilder in Schwächert von oben. Musik Die Stadtgemeinde Schwächert zählt mittlerweile rund 20.000 Einwohner. Ihren Namen verdankt sie natürlich dem gleichnamigen Fluss, der durch sie fließt und der übrigens schon bald auf dem Gemeindegebiet rückgebaut werden soll. Musik Schwächert hat trotz seinem industriellen Charakter viele wunderschöne Erholungsgebiete. Eines davon ist natürlich der Vielmeiergarten mitten in der Stadt gelegen. Dieses kleine Naturjuwel ist zu jeder Jahreszeit sehenswert. Der ehemalige Gutshof steht mitten im Naherholungsgebiet und beherbergt mittlerweile die Vielmeier-Gastwirtschaft. Erholung, Spiel und Spaß führen uns zum Kellerberg. Dort gibt es einen groß angelegten Spielplatz mitsamt einer Spielwiese. Ein Ort, wo die ganze Familie sich wohlfühlt. Nordöstlich von Schwächert befindet sich Mannswörth. Der Ortsteil gehört zu Schwächert als sogenannte Katastralgemeinde. Hier fließt die Schwächert Richtung Donau. Ein perfekter Ort zum Spazieren, Fahrradfahren oder einfach mal um die Seele baumeln zu lassen. Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Bis zum nächsten Mal.